Wenn Ringer aggressiv werden, schlagen sie zu und wenn Boxer aggressiv werden, ringen sie. Das ist die urkomische Wahrheit. Und darin sehen wir auch einen Effekt, den wir eben beobachten können bei Männern, die aggressiv werden. Es ist die Hilflosigkeit. Weil der Boxer, der am Dominieren ist und der bessere Boxer ist, der sieht keinen Bedarf von dem abzuweichen, was er eh machen kann. Und der Ringer, der überlegen ist und dominiert, der sieht auch keinen Bedarf, davon abzuweichen und sich an die Regeln zu halten. Lediglich derjenige, der seinen Plan nicht durchsetzen kann, versucht dann möglicherweise außerhalb der Regeln diese Hilfe zu suchen. So haben wir jetzt schon einige Male Beispiele gesehen von Ringern, die wütend wurden und zugeschlagen haben. Und fast noch öfter, viel öfter, sieht man Beispiele von Boxern, die zugreifen. Darunter zähle ich nicht nur die Beispiele, die es auch gibt von Boxern, die knallhart einen Wurf machen und einander auf den Boden werfen, sondern schon sehr, sehr, sehr viel früher sehen wir das. Nämlich jedes Mal, wenn ein Boxer klammert. Clinchen ist ein Element des Grapplings. Ein Boxer will nicht inhärent clinchen. Er clincht grundsätzlich, wenn er dem anderen die Möglichkeit wegnehmen möchte, mitzuboxen und zu schlagen. Und so sehen wir, die Mayweather war ein großer Experte im Clinchen innerhalb der Boxregeln, um sich dadurch einen Vorteil zu erringen. Aber auch sonst sieht man das oftmals. Einem Boxer wird es zu viel, was macht er? Er clincht. Er klammert, sagt man so gerne in Deutschland. Er klammert dann einfach und versucht so den anderen abzustellen und vom Boxen abzuhalten. Also ja, das sehen wir ständig, diese Regelverstöße. Sogar auch im MMA sehen wir das, dass wenn ein Kämpfer innerhalb der Regeln nicht die Dominanz erreichen kann, dass er manchmal versucht, außerhalb der Regeln Hilfe zu suchen. Mit Biegen von Fingern, mit Augenstechen, mit Beißen, mit allem Möglichen. Spucken, Fluchen, weiß der Kuckuck was. So sind wir halt. Ich finde das auch, das ist die menschliche Natur und das ist die Natur des Kampfes insbesondere.